In diesem Video geht es um den Bereich Impulse. Der Bereich gleicht einem Blog und dient der reinen Information. Du findest hier Berichte von aktuellen und relevanten Neuigkeiten im Integrationsbereich. Diese Berichte werden nur von den Administratoren erstellt. Du kannst diese Berichte auch nach Themen durchsuchen. Wenn du auf einen draufklickst, findest du dann den ganzen Text. Jetzt wird noch mal eine Kategorie angezeigt. Nach solchen Kategorien kannst du auch suchen. Außerdem findest du ähnliche Beiträge und weiter unten hast du die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben, die andere durchzulesen oder auch auf andere Kommentare zu antworten.